Warum sagt eigentlich jemand, wie gut das er ist und dass er das Leben versteht und dass er überhaupt nicht eifersüchtig ist und dass er überhaupt nicht steht auf dich? Weißt du, ich habe eigentlich nur mehr Vertrauen zu Leuten, die mir erzählen, dass sie jeden Tag Fehler machen und dass sie dieses scheiß Leben überhaupt nicht verstehen. Dann werde ich wieder mal meine Mutter anrufen.